So, tretet ihr jetzt mal bei. Schließt ihr nicht, wenn er kein Fleisch isst, dann isst ihr doch auch keine Gummibär schon. Nein, aber dann wäre er ja Vegetarier. Aber Leute, die aber auch Bestandteile von Tieren weglassen, sind eigentlich Veganer, also eine Stufe härter. Ja, aber das ist doch eigentlich völlig egal, wie man das bezeichnet. Ich habe einfach beschlossen, dass ich kein Fleisch esse und fertig. Und auch alles, was von Tieren ist, so. Also, ich meine, klar. Aus welcher Motivation? Also, Milch und Käse und so, ist aber egal. Oder nimmst du es auch? Ja, doch. Also, ich trinke Milch und ich esse Käse. Von daher bin ich... Also, ich bezeichne mich auch wieder als Veganer noch als Vegetarier. Koroma, bitte nehmen. Koroma, Koroma, Floppy. Achso, ja. Ja, habe ich. Ach, Nova, halt, hör doch auf, ey. Ich weiß, ich weiß immer noch nicht, wie dieser Tick heißt. Ich weiß, was du meinst, aber wen meinst du denn bitte damit? Du, nicht mich? Ja, Nova, alter. Er muss immer alles gleich haben, ey. Oh, so... Sieht aus wie ein schwuler Rocker, ey. Guckt sie euch an, wie sie rauskommen, Arsch. Du meinst Autismus, oder? Ja, genau, Autismus, Alter. Bist du heute auch ein Autist? Ja, 100 pro, Alter. Hey, ich habe eine Inselbegabung, ihr Fotzen. Und Tourette. Eine was? Ja, alles. Inselbegabung. Du hast alles, was geht. Und du auch, was nicht geht. Und du auch, was nicht geht. Sieht echt super schwul aus, ey. Leute, Leute, ich wollte doch nur in so eine Karre hier einsteigen, ich will selber fahren. Hier, raus, da. Ja, 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 komm. Oh, yes. Das meine ich, so die, diese flachen Sportwagen, die kann ich gar nicht wegschubsen, da fahre ich drüber. Das Problem hatte ich vorhin nämlich auch mit Fluffis Auto, als ich ins Wasser schubsen wollte. Wie geil ist das denn? Aber wieso fahre ich jetzt nicht? Nee, verschwinden. Aber alles klar. Ja. Und... Was... So mir den tun jetzt. Dem Game. Ich wollte. Ja, ja, das ist klar. Und am Ende wieder neben deinem Auto stehst, Fluffy, du weißt, was passiert, ne? Bleib im Scheiß Auto. Wie wär's, wenn du nicht einfach nur mein Scheiß Auto rammen möchtest? Du, das will ich nicht. Ich will nur zum gelben Punkt fahren. Ja, nur zum gelben Punkt fahren, aber aus zweiter Wettelstückentfernung mich sehen und dann auch mein Auto zuheißen. Wenn du da stehst, wo ich hin muss, ne? Warum heißt das, wo ich hin muss, ne? Dann ist das einfache Physik. Wie die halt immer noch drüber diskutieren. Du weißt, ganz genau. Masse, Malgeschwindigkeit ist gleich Aua. Ja, bald geht ja. Und da ich nochmal das deutlich schwerere Auto fahre, solltest du nicht da stehen, wo ich hin will. Also ich bin jetzt im Kuruma und warte hier, dass sie reinkommt. Wo ist denn der Kuruma? Ich seh'n gedacht, da, warte. Alter, hast du da Weißwandreifen draufgezogen auf die Karre? Äh, Dollarreifen? Oh, du bist doch eklig. Alter. Oh, ey, wie kann man aus so einem Stückchen Auto so eine Scheiße machen, ey? Weil ich nicht bei dir auch. Also bei deiner Mutter. Weißt du, was deine Mutter sich fragt? Gar nicht, weil sie zum Fragen gar nicht kommt, weil sie ständig Schwanze im Mund hat. Auch. Flach. Weißt du, was flach ist? Die Brustel deiner Mutter. Aber jetzt reicht's auch mal langsam wieder, Jungs. Der Spaß war gut und so, aber jetzt ist auch rausgegangen. Nee, war nicht gut. Pratisch steig mal auf. Wir haben kugelsicheres Auto. Hahaha. Hahaha. Hörn. 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 Hier bleibt ein Rutsch hin. Achtung, ich schicke raus. Was ist das hier? Was ist denn da gerade was? Was ist mir die Tür abgemacht? Oh, da ist noch eine. Warte noch. Ich fahre einfach eine andere Route. Fahr die normale Route hin. Ich nicht, die ist scheiße. Forti, nein, 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 Forti, Forti, halt dich zurück. Du musst hier so ein Elektro nehmen, nicht so ein normales Bike. Du musst hier so eins nehmen, eins, was hier blau gezeichnet ist. Meins fährt nicht los, wenn ich weh drücke. Komm mal her. Wenn du eh drückst, dann kannst du mit dem schneller fahren, dann hast du so ein Boost aktiviert. Ich verwechsel mit F, F ist Abstand. Ah, jetzt fährt er, na endlich. Gerhard spielt also rechts meistens. Hier, komm mal her, Forti, das hier war der Motorrad. Ist doch auch rechts. Ja, auf Pedal rechts, ja, mein Motorrad. Ganz klar. Und nicht abknallen, dass man doch ein Bike passt. Einfach, einfach richtig durchheizt. Wenn du das ganz sicher machen möchtest, du dabei offen halten und Snacks essen. Und was muss ich jetzt drücken, um den Turbo zu zünden? Mit E. Und nicht runterfallen. Oh, ich wurde abgeschossen. Ja, das ist halt die Kacke. Ja, du musst mit dem Boost fahren und wenn du dir nicht sicher bist, dass du das hinbekommst, dann musst du M drücken, auf deine Snacks gehen und die ganze Zeit Snacks essen, so lange, bis du halt da bist. Autsch, einfach durchrasen. So, Nio. Ja, oder so. Nio, Nio, Nio. Alter, ich hab mehr Kills gemacht als du. Ach, nicht schlimm. Ach ja. Der mit der Lattie, bist du da, Alter. Der Outfit, oder das Outfit natürlich. Das ist total gay, Alter. So eine enge Rederhuse, da, ja. Ich bin einfach nur schwul. Nio, Nio. Naja, ist ja, also, ne. Unschuld. Hey. Die habe er gehört. Wollte hin? Ja, ja. Ist fasziniert für den Hubbo, oder? Ist ekelhaft, wenn man uns vor dir sieht, wohin muss. Man merkt, möglicherweise ganz leicht, dass ich das Spiel nicht eins nehme. Leute, die Laterne hat ihn fast umgehauen. Leute! Warte mal, warte mal, warte mal. Steck mal einen jetzt bitte! Ich snipe an die noch da super weg, ey! Mach doch mal! Was macht Adi? Er überfährt einfach erstmal alle. Wann kann man mit der Scheiße nicht nach hinten schießen? Bleib doch einfach irgendwo stehen, Mann. Man trifft so nichts. Ja, aber man trifft so nichts, wenn du dich bewegst die ganze Zeit. LOL, wie der Wallhack anhat! Was ist das da? Pass auf, da steht eine Elektro in der Nähe. Wir dürfen dir nicht diese Scheiße Dikes zum Explodieren bringen. Ah, steht denn noch vielleicht dreimal auf? Sag mal, bist du zu doof? Bleib stehen! Bleib stehen! Blaute hier meine Elektro, ey! Wo ist denn die letzte Elektro da hinten, ne? Ja! Irgendwo ist denn noch einer. Sounds like the lost are mobilizing their troops. A wrecked bike is no good to us, people! Stay out in front of them! Forti, gib Gas! Was war das, du? Ja, ich hab einen ersch- erschossen, nur. Bring dir nichts, wenn du tot bist! Oh, bleib weg, ihr Scheiß! Ist... Ist... Fixer! Fuck, 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 fuck! Braft ihrs? Ich bin da. Ja, Mainz qualmt ein bisschen. Wollte ich schon da? Ja, gleich, gleich, sofort. Ich guck mal hier, wie mein's qualmt. Ich bin hier falsch abgebogen, irgendwie. Vorsicht, hier stehe ich, ja? Nicht mich überfahren. Du fahrst es aber auch immer ein bisschen heraus, ne? Ich würde nur bescheid sein, dass ich da stehe, ja? Nicht, dass du es wieder übersiehst. Wie? Wat? Hä? Oh, Nova. Ich war ja wohl im Ziel. Du hast ja wohl auf deinen Bike geschossen und es ist gerade kaputt gegangen. Ich hab ja wohl nicht aufs Bike geschossen. Ich hab auf die Wand geschossen, aber drei Meter links neben dem Bike. Was standen da jetzt? Ich hab ne, ne, also vielleicht die anderen, also ich wurde schon irgendwie beschossen, aber eigentlich ist nichts explodiert oder sowas, keine Ahnung. Also ich hab auf die Wand gegenüberliegend von meinem Motorrad geschossen. So doch, wie Nova sagt, guck mal wie mein Bike qualmt, dann fängt er an zu schließen und dann ist irgendwie ein Elektro kaputt. Also ich weiß es nicht, aber eigentlich, wenn ich das Bordes war. Ja. Also ich hab explodiert es bei mir nix. Ich hab's aufgenommen und könnt ihr später angucken. Irgendwann. Scheiße. Kommt das alles bei YouTube rein? Wär klar. Auch die nivellosen Witze von, äh... Da brauchst du doch erst mal ein Sprachfilter, bevor du das veröffentlicht. Ja, wird alles zensieren. Piep, piep, piep. Ja, da ist ja ne Piepshow dann. Ich wollt grad sagen, du kannst die Audio-Sport weglassen. Warte mal, wo ist hier? Ah, ich find's hier schon wieder nicht. Fahr die um, fahr die um. Das trifft's doch nicht mehr beide, ey. Ich hab doch beide gedruckt. Schon echt? Ah, ja, guck mal, er brennt! Bruder! Ach, davon! Er brennt da nicht! So'n Apfei! Er brennt auch! Oh, das ist so schön niveau los! Ja, das ist explodiert! Oh, ich liebe dieses Spiel! Oh, ich liebe dieses Spiel! Oh! Lass mir noch ein... Warte, warte, warte! Keb mal einen nicht hier! Keb mal einen nicht! Ah, das wärm richtig in den Psychopathen hier! Keb mal einen nicht, da vorne den nicht kehlen hier! Ach, Mann! Ich will einen anzünden hier, warte mal! So, da ist noch einer drinnen! Ich zünde ihn an, warte! So! Du glaubst dir gerne mal die Elektro, ey? Ich wusste nicht, dass der Name schelter dran ist oder der Elektro zu Elektro und Niedersitz ist, Alter! Weil sie auch mal... Es steht noch einer, ich bin tot! Die Lost sind das nicht, diese Motorradgänge außer aus GTA 4? Oh, ist ELFC, ja! Obwohl, die gab's auch bei GTA 4, glaube ich schon! Die gab's auch im Normalen! Ich schaff's nicht! Ich bin tot! Ich bin so ein Idiot! Du bist nicht tot! Ich bin so laut, bitte für alle! Auf Weier, Alter! Was machst du denn da? Ich bin von der Hecke runtergefallen! Von der Hecke? Ja, ich bin über die Hecke gesprungen! Boah, die, Alter! Du fährst auch wie so'n... Ich weiß nicht wohin! Du bist ja schon dreimal hingefahren! Ja, hier nicht! Du warst noch nicht einmal! Siehst du ja? Ja! Oh, selbst Forti ist zuerst da! Was machst'n du? Ha! Endlich! Ich weiß das selber nicht! Ich hab nur gesehen, wie ein Motorrad mir entgegenkommt! Haben wir's auch endlich geschafft in unseren schicken Outfits! Oh, guck's euch an! Sagt der, der... meine Elektroquimple! Guck mal, wie die quimt! Dann fängt er an zu schießen! Ich hab auf die andere Wand geschossen, ganz ehrlich! Duld! Ihr Lappen! Wieso kriegt Fluffy eigentlich schon wieder Fluffy? Weil ich den Standardweg gefahren bin! Nicht so wie hier los! Ja, deshalb warst du auch der Letzte! Du warst wieder der Letzte! Ja, und? Ich war vorhin war ich der Erste! Du warst ja hier, der das versaut hat! Ich mach' hier alles richtig! Ja...